Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu unserem heutigen Medienkommentar. Kanada garantiert die totale Überwachung. Noch bevor die kanadischen Behörden richtig damit begonnen haben, nach möglichen Hintermännern der Bluttat in Ottawa zu suchen, wissen viele Leitmedien schon wieder um allerlei islamistisch-terroristische Querverbindungen. Und dies, obwohl weder Polizei noch Justizbehörden irgendwelche Angaben zu den Verbrechen machen wollten. Ganz im Gegenteil, diese hielten sich stark zurück, bezeichneten jede Stellungnahme als zu verfrüht und verweigerten sich der Presse. Doch ganz ungeachtet dessen lassen die Leitmedien in gewohnt unseriöser Manier schon einmal das schnelle und laute Gerücht aufkommt, es handele sich bei dem mutmaßlichen Attentäter um einen 32-Jährigen zum Islam konvertierten Kanadier, der erst kürzlich als Reisender mit hohem Sicherheitsrisiko, also als ein sogenannter High-Risk-Traveler eingestuft worden sei. Entgegen jeder betonten Zurückhaltung der Untersuchungsbehörden also, setzte unter anderem die Zeitung Globe und Mail solche Gerüchte in die Welt und dies unter Berufung auf namentlich nicht genannte Behördenquellen. Auch der TV-Sender CNN berichtete unter Berufung auf nicht genauer beschriebene Quellen, der mutmaßliche Attentäter sei kürzlich zum Islam konvertiert. Bislang wurden aber all diese Angaben von keiner offiziellen Seite bestätigt. Wissen diese Berichterstatter möglicherweise tatsächlich mehr als Untersuchungsbehörden, Polizei oder Geheimdienste? Oder geht es hier um die Durchsetzung einer Agenda, die ganz unabhängig von den nüchternen Untersuchungsergebnissen durchgesetzt werden muss? Zumindest wird Tag für Tag klarer, dass wir es auch hier wieder mit einem Journalismus zu tun haben, der für die Menschheit immer gefährlicher wird. Für immer mehr Medienskeptiker erhärtet sich nämlich der Verdacht zusehends, dass unsere Leitmedien in die Hände gefährlich eigennütziger Drahtzieher geraten sind. Anstatt die Massenmedien eine neutrale Berichterstattung machen zu lassen, nutzen sie sie dazu, ihre weltweiten Umsturzprogramme, kriegerischen Feldzüge und Weltüberwachungsstrukturen zu realisieren. Die Frage wird dabei immer lauter, inwieweit auch bislang angesehene Regierungen zum Kreis dieser Drahtzieher gehören oder hier zumindest mitspielen. Die Schießerei in Euterwald zumindest schürte einen weiteren Verdacht in diese Richtung. Denn unmittelbar nach diesem Attentat kündigte nun auch Kanadas Premierminister Stephen Harper als erstes ein stärkeres Engagement seines Landes im Kampf gegen den internationalen Terrorismus an. Kanada würde sich niemals einschüchtern lassen, sagte er bei einer TV-Ansprache. Mit ein und denselben Worten, wie es noch kürzlich Barack Obama formulierte, meinte Harper weiter. Wir werden unsere Anstrengungen im Kampf gegen internationale Terrororganisationen verstärken und noch einmal verdoppeln. Es wird für die Terroristen keinen sicheren Ort mehr geben. Woher nahm Harper von einem Moment auf den anderen die plötzliche Vollgewissheit, dass solch eine offenbar lückenlose Überwachungsmöglichkeit überhaupt realisierbar sei? War dies das Signal zur Einführung bereits vorgesehener Überwachungstechnologien? Zumindest stellen sich wachsame Menschenrechtsbewegungen die berechtigte Frage, ob Harper's Versprechen überhaupt auf einem anderen Wege als der Zwangsverchippung der Bevölkerung mit der RFID-Technik möglich wäre. Mittels dieser wurden ja unlängst schon alle Hunde zwangsverchippt. Wie anders als durch Radiofrequenz-Identifikationsüberwachung könnte es für Terroristen keinen sicheren Ort mehr geben, fragen sich die besorgten Menschenrechtler. Und so, als wäre mit Harpers Versprechen der totalen Überwachungsmöglichkeit das eigentliche Ziel schon erreicht, nannte der Ministerpräsident keine weiteren Details zur Attacke. Allein das Attentat am Mittwoch sei brutal und gewalttätig gewesen, war für ihn Anlass genug, die totale Kontrolle auszurufen. Eine leicht irritierende Begründung übrigens. Gibt es denn auch nicht brutale, gewaltlose Attentate? Diese zunehmende Gewohnheit aber, dass die Leitmedien nach Attentaten sofort irgendwelche islamistische Sündenböcke ausmachen und die Regierungen sofort Gesetze und Überwachungsmethoden verschärfen, zeigt sich insbesondere seit dem 11. September 2001 wie ein roter Faden. Gerade die Vorfälle des 11. September hatten den grundlegenden Anfangsverdacht geliefert, dass zwischen Leitmedien und gewissen Regierungen eine unselige Allianz besteht, nämlich nach immer mehr Kontrollmacht zu streben. Nehmen Sie sich daher Zeit, den anschließenden Dokumentarfilm 11. September, die dritte Wahrheit, zu studieren. Er liefert viele neue, erschlagene Beweise dafür, dass hinter diesem Attentat geschickt verborgene Methode steckt. Wahrscheinlich aber nicht nur hinter diesem Attentat allein. Im Brennpunkt dieser Aufklärung erscheinen plötzlich die Opfer als Täter und die scheinbaren Täter als die wahren Opfer. Und in allem verstrickt immer wieder die Leitmedien. Halten Sie sich fest, denn diese Dokumentation geht ganz schön unter die Haut.